Moin, ich mach heute wieder ein FMA und guck mal was wir aufgehangen haben. Ja, komm mal wieder. Ja, was ist da? Das ist dein eigenes Schädchen. Ja. Auf jeden Fall mach ich heute wieder ein FMA und wir werden gleich ein paar Kreuze aufbauen oder so einen kleinen Out, weiß ich noch nicht genau. Und da ist der kleine Stinker. Mama, ich stinke mich. Mhm. Ja. Ja. Mach ich noch. Komm. 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 Komm schon. Komm. Acht mit euch! 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 Acht mit euch!